Musik Ja, wo sind sie denn, die Lehrerinnen? Große Worte, kleine Taten. Gesicht zeigen lohnt sich. Für vier Unternehmer, für zwei Nürnberger und zwei Baden-Württemberger. Unternehmen mit Kindern. Stehe ich hier. Lib Courage. Und daher auch der Lippenstift. Es geht aber hier um Forschung, meines Erachtens. Long-Term-Study. Kennen Sie den Spruch? Long life, no risk. Film bei galakam.tv Viel Glückwunsch. Und da hat er sich auf dem Boden.